Die Piratenpartei in der Schopenhauer Straße 71. Kurz S71, Landesgeschäftsstelle. Hier kannst du mitmachen. Mach dich also bereit, denn hier wird geentert. Arbeitsgruppen, Interessensgemeinschaften, Fachgruppen. Hier ist Platz für jeden interessierten Bürger. Hier wird politische Transparenz gelebt. Von morgens früh bis abends spät. Von Bürgern für Bürger. Und das mit High-Speed Internet für On- und Offliner. Also Freibeuter, Demokraten, kapert euch die Piraten. Von der Podiumsdiskussion über Arbeitstreffen, von Seminaren bis zum persönlichen Gespräch. Hier kannst du mitreden. Hier kannst du mitmachen. Denn dafür steht die Piratenpartei. Und genau hier gibt es den Raum dafür. Den Raum zum Mitmachen. Komm also vorbei und werde auch du Pirat.